Hallo Freunde und willkommen zurück zu StarCraft 2. Warum ich zurücksage, weil wir bereits 3 von 4 Kampagnen abgeschlossen haben, wie wir sehen. Und mittlerweile sind auch sämtliche Missionen von Nova Sky Missionen parat. Wir besitzen alle 3 Missionspakete und werden die in Angriff nehmen. Das letzte kam irgendwann im Dezember, glaube ich, raus. Irgendwann Anfang Dezember, Ende November, irgendwie sowas. Aber da da noch Dungeon-Leave, habe ich mir gedacht, das kann auch noch warten. Aber jetzt, Freunde, ist es endlich soweit und wir können sie spielen. Ich habe sie noch nicht gespielt, wie ihr seht. Die sind noch komplett neu für mich. Und ja, gucken wir doch mal. Die beste psionische Agentin der Liga, Nova Terra, wird seit Monaten vermisst. Nun wacht sie in einer unbekannten militärischen Einrichtung auf, ohne jegliche Erinnerung daran, wie sie dorthin gelangte. Doch ihr Instinkt sagt ihr, dass sie in Gefahr ist. Na dann, wir haben Nova ja damals, ähm, ich weiß gar nicht, haben wir ihr geholfen? Ich meine, wir haben ihr geholfen. Wir haben wahrscheinlich sogar beides gemacht. Also, wir haben sowohl Nova geholfen, als auch Tosh. Genau so hieß der Kerl. So, neue Kampagne, ähm, wir spielen auf... Ja, ich könnte mal schwer versuchen... Ah, komm, wir versuchen es mal. Ich meine, ich habe längere Zeit kein Starcraft mehr gespielt, aber egal. Nach ein paar kurzen Jahren des Friedens haben die Zerg erneut ohne Vorwarnung Welten der Liga angegriffen. Imperator Valerian bemüht sich, die verängstigte Bevölkerung zu beruhigen, doch einige Bürger schenken ihm keinen Glauben. Sie haben sich zu einer Oppositionsbewegung zusammengeschlossen, den Verteidigerinnen der Menschheit. Zu einem Überfluss hat das Militär der Liga jeglichen Kontakt zu einigen seiner Ghosts verloren, darunter auch seine tödlichste Agentin Nova und ihr Team mit Stone, Delta und Pierce. Man kann nur mutmaßen, welches Schicksal sie ereilt hat. So, und wie der Tooltip uns sagt, ist Nova eine Heldeneinheit. Das freut mich, ich liebe Heldeneinheiten. Ich muss sagen, die Mission habe ich ja immer am meisten genossen, wenn man noch zusätzlich Heldeneinheiten mit sich rumführen kann. Deshalb fand ich Warcraft 3 auch in vielen Dingen cooler als Starcraft 2 Wings of Liberty. Einfach weil man da permanent mindestens eine Heldeneinheit dabei hatte. Und die waren halt einfach nur Imba, muss man ganz ehrlich sagen. Zumal man sie ja in Warcraft auch noch leveln konnte und alles. Also auch innerhalb der Missionen und so. Hey, Licht. Agentin X41822N. Bereit machen für Routineinspektion. Was? Ich. Ich. Wo bin ich? Wow. Sorry. Die Einsatzdetails sind zu ihrem Schutz geheim. Gedächtnisverlust ist eine bekannte Nebenwirkung. Pinstellen und Visier senken für Softwarekalibrierung. Gibt es Probleme mit ihrem Visier-Soldat? Nein. Die Kalibrierung abgeschlossen. Sie sind desorientiert? Ja. Bewahren Sie Ruhe. Wir werden als nächstes die Tarnfunktion Ihres Schutzanzugs testen. Verstanden. Aktivieren Sie jetzt die Tarnvorrichtung. Tarnfunktion überprüft. Sie können sich enttarnen. Äh, nö. Enttarnen, Soldat. Kraut 5-4. Agent auf der Flucht. Schickt sofort Verstärkung. Kruggeräusche, Kinder, Tarnvorrichtung. Davor müssen wir nicht mehr kasseln. Das ist schwierig. Kuppeln. Pass das an dir. Ich werde Ihnen gar nichts sagen. Dann nicht! Dann finden wir es ja selber in der Ausführung. Ich hab's vermisst. Ich sollte mal wieder mehr Starcraft schmieren. So, wir sind in der Missour. Nova, hier. Ich benutze eine verschlüsselte Frequenz. Fordere sofortige Evakuierung an. Ich kann mich an nichts erinnern. Nova? Ich glaube, sie haben dein Gedächtnis gelöscht. Wir werden in einer abgeriegelten Anlage gefangen gehalten. Wir müssen hier raus und Kontakt zur Liga aufnehmen. Waren wir nicht unterwegs auf einer Mission? Was ist passiert? Es ist so ziemlich alles schief gelaufen. Aber wir kriegen das schon hin. Schlag dich zur Waffenkammer durch. Du brauchst dein Gewehr. Ja, das wär immer ganz gut. Also, wir sind als Nova unterwegs, haben scheinbar irgendwo unseren Kollegen... Ja. Wenn sie nicht kooperiert, schaltet sie aus. Pass auf, dass dich keiner sieht. Verstanden. Wir haben scheinbar einen Kollegen namens Stone. Ähm, Delta und wie hieß der dritte? Ich hab den Namen vergessen. Werden wahrscheinlich auch noch irgendwo sein. So, was haben wir... Auf meinem Visier wurden Nachrichten angezeigt. Waren sie von dir? Nein. Sie haben uns getrennt. Ich konnte dir nicht helfen. Es tut mir leid. Hört doch mal auf zu labern. Ich will gucken, was haben wir denn. Wir haben einen Genickbruch. Tötet die gegnerische Ziele nicht sofort. Nova muss sich in Nahkampfreich weitergegeben, um angreifen zu können. Und taktische Tarnung. Äh, dauerhaft getarnt. Und Ghosty, sie erzählt den Standort. Gegnerische Einheiten im Umkreis von 20 Meter um. Novas Position entdeckt. Getarnt und eingegrabene Einheiten auf. Alter, ist Nova OP. Sie muss in der Nähe sein. Ich fühle es. Äh, du fühlst gleich gar nichts mehr. In Bewegung. Ähm. Ohne Scheiß. Hallo Snake. Na, das wird ein Spaß. Mano. Ich will mit Snake reden. Kann mir bestimmt helfen. Was war das für ein Geräusch? Gar keins. Okay, das könnte jetzt interessant werden. Mit allen Mitteln. Die haben scheinbar auch... Also den noch können wir gleich ausschalten. Wenn der wieder runter kommt und der sich wieder rumdreht. Also jetzt. Na, das wird ein Spaß. So. Wir entscheiden den Ghost aus. Die können uns ja scheinbar nicht sehen. Ist klar. Also ich denke mal wir sollen einfach nur hier nicht rein und die Ghost könnten uns theoretisch sehen. Mit allen Mitteln. Lustigerweise merken die Ghost aber auch nicht... Verstanden. Ziel gesichtet. Nein, 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 nein. Rückt aus und findet sie. Ist gelogen, ist gelogen, ist gelogen. Tschüss. Ähm. Okay, das war so nicht geplant. Aber wahrscheinlich hätte ich hier rumgemusst und den dann noch ausschalten müssen. Moment. Das will ich so aber nicht auf mir sitzen lassen. Dann, ähm... Können wir Mission neu starten? Spiel beenden. Ja, Mission neu starten. Also... Wir lassen uns natürlich nicht entdecken, hallo? Das geht ja mal gar nicht, klar. Ich dachte sie käme da so gerade am Sichtfeld vorbei, deshalb... Schade aber auch. Ähm... Die... Das können wir nicht bringen. Entschuldigung. Aber, äh... Das kriegen wir wieder hin. Ja, ja, alles. Das kennen wir doch alles. Schlag dich zur Waffenkammer durch. Du brauchst dein Gewehr. Gewehr nehme ich. Was war das für ein Geräusch? Du... Ist klar. Hat funktioniert. So, dann schalten wir den noch aus. Drücke aus. Ich glaube nicht, dass wir den ausschalten sollten, weil das sollten die ja trotzdem sehen, die Gegner hier. Haltet die Augen auf. Diese Agentin ist äußerst gefährlich. Mit allen Mitteln. Weil ihr mich auch sehen werdet. Wird gemacht. So ist das gedacht. Gut. Rückt aus und findet sie! Bewegung. Geben wir den mal ein bisschen aus dem Weg. Man muss ja nicht alles, äh... Wie war das? Ein Ghost verlässt sich nicht nur aus seiner Tarnung. Auf dem Weg. Da ist unser Gewehr. Da ist unser Gewehr. Uh, wunderschön. Scharfschütze. Gut gemacht. Schleimer. So, wir haben jetzt auf jeden Fall Scharfschütze. Fügt gegnerischer Boden oder Lufteinheit aus großer Entfernung 125 Schaden zu. Ähm... Okay. Flüchtige Agentin nähert sich! Bewegung, Leute! Bewegung! Verstanden. Wahrscheinlich, weil sie wissen, dass sie nichts gegen uns machen können. Achso, sie schießt halt einfach so auf die Typen. Auf dem Weg. Oh. Oh. So, wer macht das hier schon? Wow. Ist klar. Sie ist verschwunden! Rausier! Sie ist nicht verschwunden, sie ist einfach nie in euer Sichtfeld gekommen, Kumpel. Kein Problem. Jetzt legen wir die einfach einfach mal. Die können uns nix, weil... Sie sehen uns nicht. Boah. Wir sammeln schön weiter Kills. 19... 20... Sehr schön. Das gefällt mir doch. Wird gemacht. Ich stoße auf schweren Widerstand hier. Geh ihn erstmal aus dem Weg. Na, das wird ein Spaß. Verstanden. Gehen wir doch außen rum, weil... Na, wir können. Und unsere Reichweite ist halt nicht groß genug dafür. Oh. Oh. Hier sollten ein paar Impulsgranaten rumliegen. Damit kannst du größere Gegnergruppen ausschalten. Das gefällt mir. Impulsgranaten für gegnerischen Boden und Lufteinheiten im C-Bereich bis zu 100 Schaden zu. Ist klar. Äh... Oh. Die haben sich ja sehr schön platziert. Was ein Zufall. Das lief ja wie geschmiert. Pierce und Delta werden auch hier gefangen gehalten. Es wird nicht einfach werden, uns alle zu befreien. Wir sind ein Team. Wir werden alle gemeinsam von hier verschwinden. Und dann will ich endlich wissen, was hier verdammt nochmal gespielt wird. Rücke aus. Das Problem ist, dass dieses Viech da... Achtung. Die Selbstzerstörungssequenz dieser Anlage wurde eingeleitet. Verstanden. Das hat uns gerade noch gefehlt. Nova, sie kommen. Du musst dich beeilen. Ich mach ja schon, ich mach ja schon! Hey, sollte das nicht eigentlich... Mit allen Mitteln. Was zur Hölle? Wird gemacht. Nicht genüge Energie. Drücke aus. Na gut, das äh... Ich weiß nicht warum, aber irgendwie... Ähm... Ich weiß nicht. Irgendwie hat... ...die Granate zweimal nicht dieses Ding ausgeschaltet. Das hat mich ein bisschen gewundert. Perfekt. Jetzt kann ich weiter diesen Gang runter. Kein Problem. Oder werden die Dinger erst ausgeschaltet, wenn ich... Äh... Ja, wahrscheinlich wenn alle... ...typen tot sind einfach, oder? Es wird nicht einfach werden, uns alle zu befreien. Wir sind ein Team. Wir werden alle gemeinsam von hier verschwinden. Und dann will ich endlich wissen, was hier verdammt nochmal gespielt wird. Mit allen Mitteln. Achtung! Die Selbstzerstörungssequenz dieser Anlage wurde eingeleitet. Na, das wird uns schwach. Hat uns gerade noch gefehlt. Wo? Wo? Ah, gut. Ich mach ja schon. Ich mach ja schon. Wird gemacht. Hi Delta. Was ist hier passiert? Ich dachte schon, sie würden mich töten. Abrettlich. Suchen wir die anderen. Wir können sie nicht hier zurücklassen. Du hast recht. Ich bin direkt hinter dir. Ich muss weiter. Brücke aus. Wo? Was zur Hölle? Na, das wird entspannt. Achso, sie folgt mir automatisch. Okay. Interessant. Kein Problem. Alter. Diese Flammentürme gehen mir ja jetzt schon mal auf die Hände. In Bewegung. Hier entlang! Wird gemacht. Hi. Diese Soldaten gehören nicht zur Liga. Was ist hier los, Nova? Das hier gibt alles keinen Sinn. Auf unserer letzten Mission muss es schon gleich sein. Ich glaube, wir wurden gefangen genommen. Komm mit. Verstanden. Dieser Flammenturm ist echt fies. Hier. Kein Problem. Okay. Und... Auf dem Weg. Also ich will ja nichts sagen, aber... Wird gemacht. Achso, okay. Okay. Heißt sie. Drücke aus. Na, das wird ein Spaß. In Bewegung. Ach, das habe ich gebraucht. Kein Problem. Mit allen Mitteln. Auf dem Weg. So. Wird gemacht. Meine Güte. Die sind aber auch fahrsichtig, die Typen. Na, das wird ein Spaß. Und wenn die nicht zur Liga gehören, dann wollen wir definitiv rausfinden, zu wem wir gehören. Kein Problem. Huh. Verstanden. Verstanden. Auf dem Weg. Energie. Was zur Hölle. Wie viel Schaden hat Nova gerade gefressen? Und warum war sie sichtbar? Hm. Irgendwie... Perfekt. Jetzt kann ich weiter diesen Gang runter. Problem. Das lief ja wie geschmiert. Pierce und Delta werden auch hier gefangen gehalten. Es wird nicht einfach werden, uns alle zu befreien. Wir sind ein Team. Wir werden alle gemeinsam von hier verschwinden. Und dann will ich endlich wissen, was hier verdammt nochmal gespielt wird. Na, das wird ein Spaß. Achtung. Die Selbstzerstörungssequenz dieser Anlage wurde eingeleitet. In Bewegung. Es ist gerade noch gefehlt. Ober, sie kommen. Du musst dich beeilen. Ich mach ja schon. Ich mach ja schon. Das war heiß. Kein Problem. Ich drücke aus. Verstanden. Okay, ich bin tot. Da war ich zu nah an denen dran. Wie hat das... Bin ich eben einfach durchgekommen da? Hm. Also das ist... Grenzt schon an Unfähigkeit, was ich hier gerade leiste. Ist perfekt. Jetzt kann ich weiter diesen Gang runter. Yup. Das lief ja wie geschmiert. Pierce und Delta werden auch hier gefangen gehalten. Es wird nicht einfach werden, uns alle zu befreien. Wir sind ein Team. Wir werden alle gemeinsam von hier verschwinden. Und dann will ich endlich wissen, was hier verdammt nochmal gespielt wird. Kein Problem. Kein Problem. Achtung. Die Selbstzerstörungssequenz dieser Anlage wurde eingeleitet. Ist klar. So, ich brauche... Das hat uns gerade noch gefehlt. Definitiv mehr Energie. Ober, sie kommen. Du musst dich beeilen. Ich mach ja schon. Ich mach ja schon. Dann... Halt nochmal. So. In Bewegung. Ich dachte schon, sie würden mich töten. Suchen wir die anderen. Wir können sie nicht hier zurücklassen. Du hast recht. Ich bin direkt hinter dir. Ich bin direkt hinter dir. Ich brücke aus. Na, das wird ein Spaß. Verstanden. So, da müssen wir dann... Guten Tag. Diese Soldaten gehören nicht zur Liga. Aber... Was ist hier los, Nova? Das ergibt alles keinen Sinn. Auf unserer letzten Mission muss etwas sch- Ich glaube, wir wurden gefangen genommen. Komm mit. Auf unserer Seite. Auf unserer Seite. Auf unserer Seite. Na, das wird ein Spaß. Unsere Verbündeten rennen auch einfach... ...konstant durch den... ...ääh... ...die ganz... ...feuer hier immer. Wird gemacht. Mit allen Mitteln. Achso, da war noch einer. Pups. Ähm... Da oben ist noch mal Energie, wobei wir haben aktuell genug. Na, das wird ein Spaß. Ähm... Ich hoffe, dass die uns verhundbar sind, unsere Leute. Ist klar. So, wir holen uns jetzt nämlich nochmal irgendwie Energie. Wird gemacht. Ich bin wieder voll da. In Bewegung. Und dann geht's runter zum nächsten Flammenturm. Der sich da irgendwo rumtrieb. Rücke aus. Oder... Auf dem Weg. So. Kein Problem. Mit allen Mitteln. Mit allen Mitteln. Da müssen wir gucken... Ich kann mal den ausschalten. Ist klar. Rücke aus. So. Verstanden. Mist, hab ich dich. Problem. Achso. Okay, die decken uns also nicht nur auf, sondern... Ghosts. Die gegnerischen. Interessant. Du hast es geschafft. Endlich. Weiter geht's. Okay. Kommt mit. Ich bringe uns alle hier raus. Boah, dann äh... Go, go, go. Perfekt. 4 Fahrzeuge für uns. Abmarsch Jungs. Und Mädel. Warte. Das ist doch Sharpsburg. Wir können die Streitkräfte der Liga hier kontaktieren. Wir sollten zuerst von diesem Planeten verschwenden. Ihr wimmelt es nur so von Spionen. In dieser Richtung sind ein paar Shuttles. Schnappen wir uns einen von diesen Hardlern. Damit sind wir schneller. Wir sollten uns aufteilen. Wir und ich werden uns allein durchschlagen. Viel Glück da draußen. Okay. Wir sollten uns beeilen, Stone. Ich muss vorsichtig sein. Wir sind doch Zivilisten unterwegs. Achso. Es ist echt... Railgun. Das ist mal cool. Wiii. Ausweichen. Du hast doch alle. Was? Ich hab euch nicht verraten. Ihr habt mich verraten. Oder so. Keine Ahnung. Oh. So. Aufpassen. Ich will hier keine Zivilisten umbringen. Schützenkönig. Okay. Cool. Das ging schnell. Direkt das erste Achievement. So. Dir. Sollte ich mir angewöhnen die auch öfter einzusetzen. Nova. Da sind feindliche Soldaten direkt hinter uns. Sie holen schnell auf. Okay. Sollen die ruhig. Diese Postale lassen einfach nicht locker. Mit denen werden wir schon fertig. Ich wollte grad sagen. Das war jetzt nur ein Hellion. Also. Ich bin die Zivilisten einfach. Ich glaube das sollte man nicht vermeiden. So. Ein bisschen zurückfallen lassen. Ups. Entschuldigung. Da hab ich gerade den Zivilisten erbischt. Entschuldigung. Also. Keine Arsch. Kann ich nicht helfen. Die Zivilisten kann gar nicht mal so viel schaden. Wenn wir dann von 100 aufschießen können. Das waren definitiv die Gegner. Also. Ich bin da nicht. Ich bin da nicht. Ach nööööööö. Ich bin da nicht. 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 Ich habe deswegen ihn irgendwann gespiegelt. Das hat auch was abgekriegt. Pass auf dich. Okay, das Prinzip ist cool, aber... Aua. Man macht verdammt wenig Schaden. Man braucht vier bis fünf Schüsse, um so ein bisschen zu bilden. Okay, zumindest geht es hier wieder weiter. Am besten einen Schuss und einmal den Scharfschutz. Dass sie sich aber auch immer an den Zivilisten verstellen. Oh, Stone geht doch nicht so gut. Cool, wir brauchen ja nicht. Ah, komm. Ich krieg den Kreis. Das hat sich die Algen identifiziert. Kalibriere Waffen. Okay. Holy shit. Okay, das gefällt mir. So ein Rosweid. Ich liege sowas. Vorne. Du triffst mich nicht, du schwein. Oh. Oh. Gott, der hat doch bestimmt auch keine. Okay. Das war noch nicht schwer. Ich glaube. Ich halte nicht. Ich freue mich, wenn er die ganze Zeit nicht nur die Seiten weg sind. Aber drauf halten. Wir machen die Schaden. Ich werde dann doch echt nicht ohne Geld wieder was machen wollen. Ich sollte vielleicht dann doch 1990 zu Einde schieße. Ich OFFICER 5 eingestellt, hoffentlich. Ich glaube ich kann mit Operationen rangehen. Oh. Ich glaube... Ich glaube miner. Die Kartenkünfte... Ich wäre vielleicht kein Vernaß. Halte Taste gedrückt! Ich habe auch die Minimap gedrückt! Das passiert mir schon jedes Mal in Dota! Meine Güte! Ich sollte mir echt abgewöhnen auf Minimaps zu drücken. Nicht nach vorne fliegen, wenn man nach hinten fliegen muss. Was zur Hölle ist das? Ich sollte mir nicht in dem Ding drin stehen. Nein! So, du hast mich geblockt. Das ist nicht nett. Hier fliegen wir dann nach vorne. Immer schön drauf schießen. Irgendwann wird das Vieh auch kapakten. Ja! 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 Schauen wir mal, ob ich da noch gehofft habe. Vielleicht kann ich die Banschie, vielleicht kann ich den Eker runternehmen. Noch mal ein bisschen. Ich kann mich auf den Haut sehen. Habt ihr nur 20? Ah, kommst du doch nicht. Oh, egal. Komm mal, das ist ja wohl schon bei der Seite. Das ist ja wohl schon bei der Seite. So. Nichts, okay. Aber... Der hat hier schon mal so viel... Ja, wahrscheinlich steht hier genau so viel. So. Moment, bitte in Ruhe. Moment, bitte in Ruhe. Nee, kann doch von vorne schießen. Von der Welt an der Ecke. So. Na also. Wir haben es geschafft. Du zuerst, Nova. Ich komm später nach. Zuerst beantwortest du mir ein paar Fragen. Willst du wissen, was passiert ist, oder möchtest du hier in einem Stück rauskommen? Geh schon los! Okay. Okay. Irgendwie traue ich ihm gerade nicht. Warum bleibt der Kerl jetzt zurück? Zu langsam. Äh, ohne Schaden durch die Flammentürme zu erleiden. Läuft. Sie sind gut. Äh, 20 Einheiten mit Scharfschütze und einfach die Mission abschließen. Okay. Das, äh, lief doch. Zusammenstößen mit Zivilen Fahrzeugen. Entschuldigung. Bin auch ein paar Mal gestorben. Unnötigerweise. Aber gut. Das war's für die erste Folge. Die zweite, äh, gibt's dann nachher um 15 Uhr. Bis dahin. Hoffe ich, dass es euch gesehen hat. Äh. Euch gesehen hat. Oh Gott. Ich kann heute nicht reden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns nachher wieder. Bis dahin. Ciao.